Hallo und willkommen auf Medikalisch. In diesem Video möchte ich euch ein wenig über die gewürchtete Diagnose Krebs und den aktuellen Stand der Dinge berichten. Ich hoffe, dass das Video euch gefällt. In diesem Themenbereich existieren ja diverse Fragen wie zum Beispiel, was ist eigentlich Krebs? Und was heißt eigentlich Tumor? Können gutartige Krebsformen auch bösartig werden? Was ist überhaupt in diesem Sinne gut und bösartig? Kann man Krebs eigentlich heilen? Das sind zweifellos wichtige Fragestellungen, die zum Teil noch gar nicht abschließend beantwortet werden können. Doch die modernen Krebswissenschaften liefern mittlerweile extrem gute Kenntnisse, sodass wir in dieser Videoreihe diese Erkrankung mal genauer unter die Lupe nehmen wollen. Beginnen wir ganz einfach. Was heißt eigentlich Tumor und Krebs? In der modernen Medizin verwenden wir die Begrifflichkeit Tumor im eigentlichen Sinne für jede Schwellung. Wenn man sich also beispielsweise beim Sport verletzt und sich dadurch eine Schwellung bildet, so wird diese auch als Tumor bezeichnet. Im engeren Sinne verwenden Ärzte den Begriff jedoch für Geschwulste, also für krankhaft neu entstehendes Gewebe. Wenn also zum Beispiel mein Muttermal stetig wächst und wächst und sich dadurch abnorm vergrößert, so ist dies ein Tumor oder um etwas genauer zu sein, ein Hauttumor. Die Verwendung des Begriffes Krebs stammt ursprünglich aus dem Altgriechischen. Damals bezeichnete man aufgrund der äußerlichen Ähnlichkeit eines bestimmten Tumors mit dem Tierkrebs diese Erkrankung auch als Krebs. Die Worte Krebs und Tumor werden also synonym verwendet. Dann existiert noch die Unterscheidung zwischen gutartigem und bösartigem Tumor. Damit möchte man lediglich ausdrücken, dass die gute Sorte sich zwar auch weiter vergrößert, aber nicht wie die böse Form anderer Organe befällt und letztlich regelhaft zum Tod führt. Wie bereits in der Überschrift erwähnt, ist die Erkrankung Krebs eigentlich noch sehr unbekannt. Dies hat etwas mit der Herkunft der Tumoren zu tun. Wie entsteht eigentlich Krebs und was ist es genau? Der Mensch besteht aus vielen verschiedenen Zellen. Dabei handelt es sich zahlenmäßig um mehrere Billionen. Jede Zelle hat aber eine eigene Aufgabe. Es gibt Immunzellen, die beispielsweise Bakterien bekämpfen, Hirnzellen, die uns das Denken etc. ermöglichen und so weiter. Der Mensch ist zu Beginn seiner Karriere, also im Mutterleib, ein kleiner Zellhaufen. Genau diese ursprünglichen Zellen teilen sich und nehmen im Laufe der Zeit verschiedene Aufgaben an. Das ist so in etwa vergleichbar mit der Menschheit. Die Menschheit ist der gesamte Körper und der einzelne Mensch ist die einzelne Zelle. Im Idealfall lernt man als junger Mensch einen Beruf und später übt man ihn dann aus. So existieren dann innerhalb der Menschheit Bäcker, Busfahrer, Ärzte und so weiter, auf welche die Menschheit als Ganzes angewiesen ist. Ähnlich verhält es sich in Bezug auf die Zellen und den Körper. Jede Zelle erlernt als Schüler, auf Stau auch als Stammzelle bezeichnet, eine gewisse Funktion und führt diese dann vollständig aus, sobald sie ausgewachsen, also ausdifferenziert ist. Nun gibt es natürlich Banausen, die schon als Kind oder Jugendlicher die Schule schwänzen und später dann kriminell werden. Sie üben keinen wirklichen Beruf aus, sondern stören die Menschheit als Ganzes. Unter ihnen gibt es Mörder, Diebe und so weiter. Die Ursachen hierfür sind manikfaltig. Manche nehmen zum Beispiel Drogen und kommen dadurch vom rechten Weg ab. Andere hingegen wachsen bereits in einem schlechten Milieu auf und entwickeln sich dementsprechend schlecht. Das ist an dieser Stelle natürlich nur klicheehaft dargestellt, aber Tumorzellen verhalten sich ebenfalls ähnlich. Bereits früh kommt es bei ihnen, zum Beispiel durch die Einwirkung von krebserregenden Stoffen, zu Veränderungen, also zu Mutationen, die sie dazu animieren, nicht richtig zu funktionieren. Stattdessen erlernen sie, wie man in andere Organe einwächst und ihnen die Nährstoffe klaut. Zudem produzieren sie auch fleißig Nachkommen, die ihnen gleichen. Deshalb kommt es auf der einen Seite zu dem gerade beschriebenen Tumor, also zu einer abnorm vergrößerten Zellmasse und zum anderen zu einem riesigen Problem für den Körper. Es sind seine eigenen Zellen, die boshaft geworden sind. Das Problem, oder besser gesagt die Fragestellung besteht nun darin, was genau hat zu dieser Verhaltensänderung geführt? Was ist die hauptsächlich diese boshaftigkeit treibende Mutation? Und gibt es keine körpereigenen Mechanismen, die diese Zellen aufhalten können? In einer guten Gesellschaft müssten nun diese Banausen von der Polizei erfasst und dementsprechend bestraft werden. Tatsächlich geschieht dies auch im Körper. Die Abwehrzellen erkennen, dass hier einige Genossen krankhaft verändert sind und ziehen diese aus dem Verkehr. Das ist der Grund, weshalb viele Menschen, obwohl sie toxischen Stoffen ausgesetzt sind, nicht an Krebs erkranken. Aber auch hier steht die Wissenschaft auf dem Schlauch. Wieso bilden manche Menschen diese Zellen aus und wie entkommen die Tumorzellen dieser Immunabwehr? Und genau hier liegt das Problem. Diese Banausen, also die Tumorzellen, verfügen über das gesamte Erbgut des Menschen. Das heißt, sie kennen die Tricks, mit denen sich eigentlich die gesunden Zellen vor einer Immunabwehr schützen können. Und tatsächlich gelang mit einer neuen Therapie in den letzten Jahren ein großer Durchbruch. Nachdem man einen bestimmten Trick der Krebszellen erkannte, wie sie den Immunzellen entkamen, so setzte man diesen Trick mittels eines Medikamentes außer Gefecht und siehe da, einige Tumorzellen gingen zurück wie noch nie zuvor. Tatsächlich hat man einige Personen untersucht, die ein sehr hohes Alter erreicht haben. Denn man wollte wissen, wie kam es dazu, dass sie so lange gelebt haben. Man erkannte in ihrem Blut spezialisierte Immunzellen, die nur darauf aus waren, Krebszellen zu zerstören. Viele Menschen wissen, dass bislang und immer noch Chemotherapeutika gegen diverse Tumore eingesetzt werden. Diese sind nichts anderes als Zellgift. Man versucht also im übertragenen Sinne verzweifelt Bomben auf die Menschheit zu werfen, sodass auch die Kriminellen getroffen werden. Die Kollateralschäden sind aber groß, sodass man durch neue Therapieansätze eben gezielt die Tumorzellen aus dem Verkehr ziehen will. Die eben genannte Immuntherapie ist eine von ihnen. Eine weitere effektive Therapie zeigt das Medikament Imatinib gegen die chronisch-lymphatische Leukämie. Bei dieser Leukämieform kommt es zu einer Veränderung eines gewissen Enzyms, die zu einer Vermehrung von bestimmten Zellen führt. Dieses Medikament hemmt dieses Enzym und führt somit zu einem Rückgang der Erkrankung. Und das ohne jegliche Chemotherapie. Ähnliches versucht man auch im Hinblick auf weitere Tumorerkrankungen. Manchmal aber mit ernüchternden Ergebnissen. Warum eigentlich? Klingt das Ganze denn nicht vielversprechend? Warum funktioniert dies nicht immer? Nun befinden wir uns eigentlich schon auf dem Gebiet der aktuellen Forschung. Zum Beispiel kann man bei bestimmten Formen von Lungenkrebs die gerade eben erwähnte Antikörpertherapie, also die gezielte Ausschaltung bestimmter Enzyme und Proteine, anwenden, allerdings zum Teil ohne wirklich große Wirkung. Der Grund ist nämlich folgender. Betrachten wir wieder unsere Banausen, die ihr Unwesen treiben. Der eigentliche Grund kann zum Beispiel darin liegen, dass sie zu Hause von ihren Eltern Gewalt erfahren. Als Folge konsumieren sie Drogen und Alkohol. Dies hat wiederum zur Folge, dass sie Diebstahl begehen. Wenn man nun den Diebstahl unterbindet, indem man sie zum Beispiel gar nicht mehr in die Läden hereinlässt, so ist aber das eigentliche Problem, nämlich die Gewalt zu Hause nicht gelöst. Die eigentlich und treibende Ursache besteht also weiterhin. Und so ist es auch mit der Antikörpertherapie. Sie deckt nur eine einzelne Folgemutation der Tumorzellen ab. Die eigentliche Treibermutation bleibt aber unberührt. Bei dem zuvor erwähnten Beispiel mit der chronisch-lymphatischen Leukämie ist die Blockade des erwähnten Enzyms der Schlüsselschritt. Deshalb ist auch die Therapie so effektiv. Übrigens, diese ganzen Folgeveränderungen können letztlich dazu führen, dass ein zuvor gutartiger Tumor im Verlauf auch bösartig werden kann. Dies gilt zwar nicht für alle Krebsformen, aber für einige. Aus diesem Grund hat nun das Zeitalter der Tumorgenetik begonnen. Das heißt, man analysiert die Tumoren auf genetischer Basis und versucht, ihre Essenz zu verstehen. Denn nur so kann man auch gezielte Therapieformen entwickeln. Und genau deshalb ist die Diagnose Krebs noch relativ unbekannt. Man weiß noch zu wenig über die Tumorzellen. Ironischerweise gilt das auch für viele Kriminelle. Zum Schluss noch kurze Frage. Kann man derzeit bösartigen Krebs heilen? Naja, die Antwort lautet jein. Wenn sich der Tumor noch in einem frühen Stadium befindet und noch nicht in andere Organe gestreut hat. So kann man diesen in vielen Fällen operativ entfernen und nicht selten sind die Patienten dann geheilt. In diesem Fall hätte man quasi die Banausen manuell aus dem Verkehr gezogen und gut ist. Wenn aber die Tumorzellen schon in Blutschwimmen und andere Organe befallen, so ist die Prognose sehr schwer einzuschätzen. Insbesondere die neuen Immuntherapeutiker haben dazu geführt, dass ehemals austherapierte Patienten plötzlich noch jahrelang weiterleben, obwohl sie im eigentlichen Sinne noch nicht komplett geheilt sind. Zusammenfassend kann man die Frage also nicht pauschal beantworten, aber prinzipiell ist Krebs heilbar, auch schon heute. Da viele Zuschauer kurze Videos präferieren, denke ich, dass das Ganze für heute genügt. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Das war jetzt die Onkologie, also das medizinische Fach der Tumoren in der Kurzfassung. Nun ist auch zu verstehen, dass die Krebsforschung äußerst komplex ist. Einfach mal so im eigenen Keller eine Therapie zu entwickeln, funktioniert nicht. Auch der Versuch zum Beispiel, mit hohen Dosen Vitamin C oder ähnlichem Krebs zu heilen, wird letztlich nicht klappen, denn Krebs ist keine einfache Erkrankung wie Schnupfen oder ähnliches, sondern eigentlich ein Kampf gegen die noch unbekannte Biologie unserer eigenen Zellen. Natürlich können Vitamine in besonderen Situationen die Beschwerden lindern, aber seid achtsam, wenn euch dubiose Anbieter bahnbrechende Therapien versprechen, von denen angeblich noch keiner weiß oder verschwiegen hat. Ich selbst arbeite hier im Krankenhaus und habe derartige Therapieansätze schon erlebt. Nie ist es gut ausgegangen. Vielleicht noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Wusstet ihr, dass man mit Salz Tumorzellen abtöten kann? Aber gewiss, es funktioniert. Man nehme einen aggressiven Tumor und lege die Zellen in ein Reagenzglas und befülle dieses mit viel Speisesalz. Nach einiger Zeit sind alle Tumorzellen abgestorben. Super, nicht wahr? Hat aber keinerlei Relevanz, das klappt nämlich überhaupt nicht im Körper. Die Banausen versuchen aber ihr Bestes, um uns dies und ähnliche Ansätze für revolutionär zu verkaufen. Macht's gut, passt auf und bis dann.